Die neue Boeing 777X macht zum aktuellen Zeitpunkt nicht unbedingt mit den besten Nachrichten auf sich aufmerksam und große Kunden wie beispielsweise Lufthansa oder Emirates scheinen jetzt gerade auch nicht mehr ganz so begeistert zu sein, wie sie das vielleicht vor ein paar Jahren noch waren. Emirates beispielsweise hat jetzt gerade erst vor ein paar Tagen auf der Dubai Airshow ihre Bestellung von 150 777X auf 126 Maschinen runtergeschraubt. Eine Sache, die an diesem Projekt aber bereits ganz gut funktioniert, sind die einklappbaren Flügelenden. Eine neue Funktion der 777X, die man so bei anderen Passagierflugzeugen eigentlich noch nicht gesehen hat. Und das bringt selbstverständlich auch ein paar Veränderungen im Cockpit der 777X mit sich und darüber unterhalten wir uns heute mal ein bisschen und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Die ersten Boeing 777X Prototypen machen mittlerweile doch eigentlich einen richtig flugtauglichen Eindruck. Dass der Schein trübt, wurde uns ja jetzt aber in den letzten Monaten häufiger mal mitgeteilt. Und trotzdem ist es sehr beeindruckend, ab und zu diese Maschine und vor allem ihre besonderen Tragflächenenden mal in Bewegung zu sehen. Achso und ganz kurz für die Leute, die sich jetzt wundern, warum ich so einen bescheuerten Strich im Gesicht habe. Ich habe vorhin mit meinem Hund gespielt und verloren. Also nichts Schlimmes, sieht einfach ein bisschen blöd aus. Naja gut, warum lassen sich diese Tragflächenenden jetzt überhaupt einklappen? Man kennt das eventuell von Kampfflugzeugen oder auch von kleineren Aufklärungsmaschinen oder sowas. Die sind meist oder häufig mit so aufwendigen Faltmechanismen ausgestattet. Ganz einfach, um auf einem Flugfeld bzw. vielmehr auf einem Flugzeugträger damit Platz sparen zu können. Patentiert wurden faltbare Tragflächen allerdings schon vor mehr als 100 Jahren. Konkret im Jahr 1913, also Flugzeuge mit einklappbaren Flügelenden oder mit komplett einklappbaren Tragflächen, gab es schon vor bzw. während des Ersten Weltkrieges. Bei Passagierflugzeugen hat man das allerdings in den letzten Jahren nicht gesehen, weil das da auch ganz einfach nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht hat. Denn Passagierflugzeuge landen eher selten auf Flugzeugträgern und vor allem bringen faltbare Tragflächenenden ja auch nicht nur Vorteile mit sich, sondern man benötigt an dieser Stelle dann ja auch eine komplexere, verstärkte und damit auch schwerere Tragflächenstruktur, um das überhaupt möglich zu machen. Auch für ansonsten an dieser Stelle verlaufende Leitungen oder Kabel muss man sich dann ja etwas einfallen lassen. Das ist alles ein Aufwand, den man sich vor allem bei Passagierflugzeugen in den letzten Jahren gerne gespart hat. Denn dafür waren die Vorteile einfach viel zu gering. Was viele aber gar nicht wissen, tatsächlich hat Boeing von Anfang an auch für die klassische Boeing 777 in Anführungszeichen so eine Option mit einklappbaren Tragflächenenden angeboten. Das alles mit dem Gedanken, damit Platz sparen zu können. Gekauft hat das bei mittlerweile über 1600 Exemplaren der Boeing 777, allerdings nie jemand, keine einzige Fluggesellschaft auf der ganzen Welt. Bei der Boeing 777X wird diese Technik jetzt aber zum Standard. Der Grund dafür sieht folgendermaßen aus. Es gibt sogenannte Aerodrome Codes, A, B, C, D, E, F. Und diese definieren sich unter anderem ganz einfach über die Spannweite des Flugzeuges. Und das hat nicht nur etwas mit Flughafengebühren auf der einen Seite zu tun, sondern auf der anderen Seite werden auch Parkpositionen bzw. Gates nach diesen Aerodrome Codes bemessen, designed, gebaut, wie auch immer. Für uns interessant sind jetzt die beiden letzten Buchstaben, also der Aerodrome Code E und der Aerodrome Code F. E geht dabei bis zu einer Spannweite von 65 Metern. Der Code F übernimmt dann bei 65 Metern und geht hoch bis zu einer Spannweite von 80 Metern. Prinzipiell kann man erst einmal sagen, dass kein Verkehrsflugzeug der Welt zum aktuellen Zeitpunkt größer ist als 80x80 Meter. Dadurch definiert sich zum aktuellen Zeitpunkt zumindest der maximal mögliche Bereich, die maximal mögliche Fläche, die durch ein Passagierflugzeug heute eingenommen werden sollte. Wird ein Passagierflugzeug größer als diese 80x80 Meter, dann passt es natürlich nicht mehr an die heutigen Gates oder es müssen komplett neue Parkpositionen für dieses Flugzeug gebaut werden. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Der Airbus A380, der nutzt die letzte Kategorie, die Kategorie F, bis zum Ende aus. Der ist 73 Meter lang und hat eine Spannweite von, wer hätte es gedacht, 79 Metern und 75 Zentimetern. Also ganze 25 Zentimeter Luft, um aus diesem 80x80 Meter Bereich rauszufallen. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, die 80 Meter Länge hätte dann sogar noch der Airbus A380-900 wirklich voll gemacht. Allerdings gab es dieses Flugzeug ja nie. Damit hätte man dann aber die heutigen Standards, die heutigen Parkpositionen, die heutigen Gates bis zum Anschlag ausgenutzt. Und damit eben auch den Aerodrome Code F bzw. Foxtrot. Eine Boeing 777 hingegen fällt aufgrund ihrer geringeren Spannweite in den Aerodrome Code E oder Echo. Ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall können damit kleinere Parkplätze genutzt werden als mit einem A380. Die neue 777X hat allerdings jetzt aus Effizienzgründen eine nochmals vergrößerte Spannweite bekommen und würde damit in den Aerodrome Code F fallen. Genauso wie der A380 oder die Boeing 747-8. Durch die einklappbaren Flügelspitzen wird allerdings die Spannweite des neuen Flugzeuges von 71,80 Meter auf 64,80 Meter reduziert. Und ihr erinnert euch, bis 65 Meter gilt Code E und damit nutzt man diesen mit der neuen 777 jetzt also voll aus. Für Kunden, also für Fluggesellschaften, die ihre alte Boeing 777 mit der neuen 777X ersetzen wollen, ist das ein nicht zu unterschätzendes Argument. Und jetzt endlich der Blick ins Cockpit. Da sieht es erst einmal ziemlich ähnlich aus wie in der Boeing 787. Das soll auch so sein, man nutzt die gleichen Bildschirme wie in der 787 oder in der 737 MAX oder auch nachrüstbar in der 757 und 767. Alles Boeing-typisch. Viel spannender wird es dann beim Blick ans Overhead-Panel, also an das Panel, was sich über dem Kopf des Piloten befindet. Dort findet man dann oben links einen sogenannten Wingtips Auto-Fault-Push-Button. Dieser steht jetzt entweder auf der Position Automatic oder Manual und soll vom Piloten normalerweise in der Stellung Automatic genutzt werden. Dahinter versteckt sich, wer hätte es gedacht, eine Auto-Fault-Funktion für die Tragflächenenden. Das heißt, bei der Landung bzw. nach der Landung mit der neuen 777X, beim Überschreiten der Schwelle zur ganz normalen Rollgeschwindigkeit, zur ganz normalen Taxi-Speed mit diesem Flugzeug, falten sich die Tragflächenenden automatisch hoch. Damit wird ganz einfach sichergestellt, dass bei der 777X definitiv direkt nach dem Abrollen eine Spannweite von weniger als 65 Metern vorhanden ist. Denn das, also eine Spannweite von über 65 Metern, geht an vielen Flughäfen mit Einschränkungen bei den Taxiways einher. Hier entsteht jetzt also nicht wirklich eine zusätzliche Aufgabe für die Piloten. Dann gibt es allerdings noch einen zweiten Schalter am Overhead-Panel, ziemlich prominent in der Mitte platziert. Und der sieht schon so ein bisschen so aus, wie ein Folding-Wingtip und muss von den Piloten auf jeden Fall vor dem Take-Off betätigt werden. Piloten machen im Cockpit immer sogenannte Flows zu bestimmten Zeitpunkten. Das heißt ganz einfach eingeübte Abfolgen, in denen irgendwelche Knöpfe gedrückt werden, Schalter betätigt werden, irgendwas umgestellt wird, wie auch immer. Und darauf folgt dann meist eine Checklist. Im Falle der neuen 777X kommt jetzt also dieser Schalter hier am Overhead-Panel zu einem B4-Take-Off-Flow dazu. Das heißt, die Tragflächenenden werden dann kurz vor dem Aufrollen auf die Startbahn heruntergeklappt und werden dann auf den Displays vorne im Cockpit genauso wie das Fahrwerk als down and locked angezeigt. Das dann in grüner Farbe. Und darauf könnte dann eine B4-Take-Off-Checklist folgen. Mit der eben angesprochenen Auto-Fold-Funktion wird dann nicht nur draußen alles wieder zurückgeklappt nach der Landung, sondern auch dieser Schalter oben am Overhead-Panel bewegt sich mit den Tragflächenenden wieder zurück in seine Ausgangsposition. Das entspricht dann ganz einfach der Boeing-Philosophie, dass an diesem Schalter wirklich immer erkennbar ist, was auch draußen Phase ist. Das heißt, zusammengefasst, dieser Schalter am Overhead-Panel wird von den Piloten bei einem ganz normalen Flug mit einem auf Automatik gestellten Auto-Fold-Push-Button nur vor dem Start einmal betätigt, um die Tragflächenenden nach unten zu klappen. Nach der Landung klappt sich das alles wieder automatisch hoch. Soviel erst einmal zu einem kleinen Einblick in das 777X-Cockpit. Und damit soll es das für heute mit diesem kurzen Beitrag auch schon gewesen sein. Ein sehr großes Dankeschön geht heute noch raus an die neuen Kanalmitglieder Marc, Christoph und an denjenigen mit dem Benutzernamen Flying Power. Vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.